Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe ja euch versprochen, samstags ein Video in meiner hochsensiblen Gruppe, hochsensibel und doch stark, in meiner Facebook-Gruppe zu posten. Und jetzt habe ich heute den ganzen Tag schon überlegt, was willst du denn erzählen, was möchtest du den Menschen dort draußen mitgeben, welche Botschaft möchtest du den Leuten draußen überbringen. Und ich war heute unterwegs und es ist ja wieder sehr, sehr viel Unruhe unterwegs. Und der Herbst kommt immer mehr und eigentlich eine wunderschöne Zeit, in der wir es uns zu Hause gemütlich machen können, in dem wir Kerzenschein anmachen können, in dem wir uns wieder nach einem schönen Sommer zurückziehen können und unsere eigenen vier Wände. Und jetzt fängt dieser ganze Corona-Wust schon wieder von vorne an. Ich möchte mich dazu überhaupt nicht äußern, wie ich persönlich dazu stehe. Ich möchte einfach mich dazu äußern, wie ich diese Welt momentan sehe. Und da ist jetzt momentan wieder wahnsinnig viel Angst unterwegs, wahnsinnig viel Unzufriedenheit, totaler Stress ist unterwegs. Das ist für gerade hochsensible Menschen, darauf möchte ich eigentlich hinaus, ist es echt total anstrengend, wenn sie das mitbekommen, wie viel Panik und all diese anderen Dinge unterwegs sind. Und ich sage mal, hier im Berliner Raum, ich weiß nicht, ob es in meiner Heimatstadt auch sein wird, dürfen die Kinder in der Schule mit Maske sitzen und in Gaststätten darfst du jetzt deine Kontaktdaten hinterlassen. Und dass das natürlich wahnsinnig viel Angst auslöst, weil dadurch auch so eine gewisse Anonymität und Privatsphäre auch durchbrochen wird. Und dass auch dadurch ein Stressfaktor entsteht und gerade auch für die Kids, wenn die den ganzen Tag acht Stunden gerade so die Gymnasiasten und die Oberschulkids mit einer Maske sitzen müssen, ist es ja völlig, völlig verständlich. Und doch frage ich mich immer wieder, warum haben wir diese Situation und was können wir als Einzelpersonen daran ändern, dass sich das ganze Ding irgendwie für uns mal ändert und dass sich einfach für uns etwas besser dreht. Weil es gibt Menschen, die sind trotzdem zufrieden, die sind glücklich, die sind entspannt, die machen ihr Ding und die sehen zwar auch, was da ist und die sind davon auch berührt und es bewegt uns. Also ich bin auch so ein Mensch, mich berührt es, es bewegt mich, aber ich bin nicht diejenige, die davon so strikt getroffen ist davon und die jetzt nicht diesem Stress ausgesetzt ist, dieser Angst und dieser Unzufriedenheit. Ich gehe trotzdem so meinen Weg und mache mein Leben weiter. Und das ist aber nicht die Masse, die es letztendlich so gibt. Die Masse hat ja wirklich richtig dolle Stress damit und die haben Angst, Angst vor ihren Existenzen und vor vielen anderen Dingen. Existenzängste kenne ich sehr, sehr gut aus meiner Zeit, wie ich ein eigenes Friseurgeschäft hatte. Da war ich auch von Existenzängsten berührt und musste mich Existenzängsten stellen, aber aus Krankheit heraus, weil ich selber krank war. Und die Frage ist einfach auch, was können wir als einzelner Mensch tun, um auch für uns Selbstzufriedenheit auszustrahlen, um für uns selbst noch mehr in die Liebe zu kommen, für uns selbst, sage ich mal, immer mehr da anzukommen, wo wir hingehören. Weil wenn man jetzt dieses ganze Kehrbild einfach mal sieht, dann heißt es ja immer mehr, wir dürfen in unsere Schöpferkraft kommen, in unsere eigenen Potenzial, in unser eigenes Power. Und dieses neue Bewusstsein, in dem wir immer mehr stecken, in das wir immer mehr gehen, wird immer intensiver und kommt immer mehr auf uns drauf zu. Und demzufolge sind wir immer wieder und immer mehr als Menschen herausgefordert, das zu tun, was uns gut tut und nicht uns von unseren Ängsten in unserem Kopf überrennen, überrollen zu lassen, uns nicht körperlich zu überfordern, in diesen Stress hineinzugehen, der uns überhaupt gar nicht gut tut. Es ist immer wichtig, einfach mal anzukommen, in sich selbst anzukommen, innezuhalten und in die Entspannung zu gehen und wirklich mal zu sagen, ey, stopp mal, jetzt schau mal ganz genau hin. Und gerade so für hochsensible Menschen, die das wirklich mitbekommen, die das energetisch auch mitbekommen, die diese Energien auch spüren können und sie dann auch in ihrem eigenen Körper fühlen, für diese Menschen ist das wirklich wahnsinnig anstrengend. Und da bin ich ja keine Ausnahme, da gibt es viele, viele Menschen da draußen, denen es trotzdem noch viel Unbewusstsein unterwegs ist, denen es auch so geht wie mir und vielen Kindern, sag ich mal, die dieses neue Bewusstsein ja schon längst mitbringen, denen geht es da genauso wie mir und die sind Dingen ausgesetzt, die sie vor ein paar Jahren oder vor einem Jahr nicht kannten und die ihnen gar nicht gut tun und sie wissen da überhaupt gar nicht, wie sie da rauskommen, aber spüren ganz genau, dass es einfach eine Energie ist, die ihnen nicht gut tut. Und sie können dir auch ganz klar sagen, boah, du bringst aber eine Energie mit, die ist aber überhaupt nicht schön. Und da kann man sagen, ja, stimmt, mach, wenn man es selbstbewusst fühlt, ich fühle das und wenn mein Sohn das dann zu mir sagt, dann sage ich wirklich auch, ja, stimmt, du hast recht, ich bringe echt eine Energie mit, die ist nicht schön. Ich lasse sie durch mich durchfließen in dem Moment, spüre sie dann zwar auch, mitunter kann ich sie wegmachen, mitunter kann ich sie aber nicht wegmachen, dann ist sie einfach halt da. Und es wäre doch total schön, wenn wir wirklich alle lernen könnten, in unsere eigene Schöpferkraft zu kommen. Und wenn wir wirklich uns selbst mal hinsetzen und unsere Hausaufgaben machen und wirklich gucken, wo könnte ich in meinem Leben etwas verändern, wo in meinem Leben bin ich, als Heike zum Beispiel, nicht zufrieden. Bin ich mit der Partnerschaft, in der ich lebe, momentan glücklich oder bin ich eigentlich schon längst aus der Partnerschaft rausgetreten und lebe aber eigentlich nur noch in ihr und möchte eigentlich eine ganz andere Partnerschaft leben. Wo kann ich als Heike sagen, dieser Job, den ich hier mache, da gehe ich eigentlich nur hin, um diese, weiß ich nicht, x Euro zu verdienen, aber ich mache ihn nicht mehr mit Leib und Seelen und ich mache ihn nicht mehr mit Leidenschaft. Und wo in meinem Privatleben fühle ich mich völlig überfordert, wo denke ich nur an andere, wo mache ich es anderen immer nur recht und wo funktioniere ich eigentlich nur aus dem Kopf heraus und aus dem, was von außen auf mich einströmt, ohne wirklich genau hinzugucken, was will ich denn jetzt hier und was kann ich denn tun, dass ich aus diesem Strudel mal hinauskomme. Und da ist dieses Innehalten wirklich so, 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 so wichtig, dass wir uns diese Sachen mal wirklich fragen, dass wir gucken, hey, Kindererziehung, wie möchte ich denn mein Kind erziehen, was möchte ich meinem Kind mitgeben, welche Werte möchte ich mit meinem Kind mitgeben, mit welchem Partner möchte ich zusammenleben, welcher Partner passt zu mir und zu meinen Werten, welcher Job passt zu mir und vielleicht ist es schon längst überfällig, dass ich wirklich sage, okay, ich baue mir ein zweites Standbein auf oder weiß ich nicht, ich suche mir wirklich einen anderen Job, auch in dieser Zeit, dass ich immer mehr Schöpfer meiner selbst werde, auch wenn Corona da ist. Es gibt da draußen viele Menschen, die verdienen trotzdem gutes Geld, die verdienen trotzdem viel Geld und die sind trotzdem in ihren Beziehungen glücklich, die sind trotzdem in ihren Partnerschaften zufrieden, die sind in ihrem Leben rundherum glücklich und zufrieden, die leben mit Freude, mit Spaß, mit Glück und die sagen, ey, Kindererziehung macht Spaß, das ist total schön und ich habe den Schlüssel für mein Kind gefunden. Und wenn wir das im Einzelnen finden können und wenn das viele Menschen im Einzel finden, dann tun wir schon so viel Gutes auf energetischer Ebene, ganz unabhängig, ob es Corona gibt oder nicht, wodurch unsere Schwingung und unsere Energie sich erhöhen kann und wodurch dieses Bewusstsein, dieses neue Bewusstsein, wo wir alle viel sensitiver und feinfühliger werden, auch in unseren Wahrnehmungen, dann können wir wahnsinnig viel Gutes bewirken und den Planet mit so viel Liebe und mit so viel Herzlichkeit und Herzgefühl fluten, sodass wir diese ganze Corona-Geschichte gar nicht so nah an uns ranlassen und sodass sie vielleicht schneller vorbei ist, als wir denken und als wir annehmen. Aber wenn wir dort hineingehen, Energie darauf geben, denn dass wir Angst haben, vielleicht unseren Job zu verlieren oder dass unsere Kunden ausbleiben, obwohl wir momentan noch viele Kunden haben, die zu uns kommen und bei uns einkaufen, dann gehen wir auf das falsche Energie und dann erschaffen wir etwas und erschaffen eine Welt, die wir gar nicht haben wollen. Oder wenn wir mal als Beispiel sagen, da hat sich ein Mann in eine Frau verliebt oder umgekehrt eine Frau in einen Mann und die Person sagt dann, ja, die kriege ich nie und der will mich ja sowieso nicht, dann gebe ich auf das falsche Energie. Es kann natürlich passieren, klar, aber ich sage mal, dann war es vielleicht doch nicht der richtige Partner. Dann kommt danach ein anderer, ups, weggerutscht, ein anderer, der besser zu mir passt, aber dann habe ich zumindest meine Angst überwunden, meinen Mut dominieren lassen und habe hinter die Fassade geguckt und habe geschaut, was steckt denn wirklich dahinter. Und dadurch wachsen und reifen wir doch in unsere Schöpferkraft, in unsere Schöpferkraft. Damit würde ich das Video jetzt enden, das ist jetzt echt 10 Minuten lang und so lang sagt er das gar nicht werden. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz lieb und teilt das Video, verbreitet es, abonniert meinen Kanal auf YouTube, kommt auf meine Facebook-Page, hochsensibel und doch stark, verbindet euch mit mir. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen und ich freue mich, wenn euch meine Arbeit gefällt, wenn ich im Zuge eines neuen Bewusstseins, Bewusstseinsarbeit bewirken kann und viel Gutes bewirken kann und unter diesem Video werdet ihr meinen Kurs finden, Liebe laut durch Kursänderung, der ist jetzt für diese Zeit genau richtig und der ist genau für diese Zeit jetzt gemacht worden, um eine Kursänderung zu bewirken, damit du dir in ersten Schritten wirklich bewusst wird, was kannst du ändern und wie kannst du es ändern und was hat dich bisher aber daran gehindert, etwas zu verändern. Der ist wirklich ganz klasse aufgebaut, hast ein E-Book drin, hast ein paar Videos drin und auf der Webseite, wie gesagt, von Lebe laut durch Kursänderung findest du weitere Informationen zum Kurs und ich freue mich, wenn ich dich in diesem Kurs begrüßen darf und wenn ich mit dir einen Weg gehen kann und wenn ich dich kennenlernen darf, vor allem persönlich, auch wenn es nur über das Internet ist und über Facebook oder Instagram oder weiß ich nicht, YouTube über einen Kommentar oder über einen, weiß ich nicht, Zoom-Call oder über ein Facebook-Video, wie auch immer. Ich freue mich auf dich, das Video ist lang genug, lang genug, habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und lasst viel Liebe, Sonne und Wärme in eure Herzen rein und vor allen Dingen ganz viel Feuer. Genau, von Herzen, eure Heike.